Willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo! Ja, heute ist Hazel dran. Hazel ist mein erstes Percheron, das ich gekauft habe. Ja, bei ihr bin ich gerade fleißig am trainieren, dass ich sie hoffentlich schnellstmöglich auf Level 15 bekomme. Und ja, dann schaue ich mal. Ich hoffe, dass ich dann die Zeit finde, mit ihr auch mal im Championat zu starten. Trainieren tue ich sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Questmäßig sind wir bei Mayas Quest dabei gewesen, bei der Maya uns ein bisschen mehr über die Unglücksrabenfarm erzählt. Und ja, sonst schauen wir mal, was wir mit ihr noch alles so erleben können. Ich hoffe, dass doch noch einige Quests mehr da demnächst ins Spiel kommen werden. Und dann hoffe ich erst mal, euch gefällt ihr Video! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.